ja halli hallo meine lieben leute ihr seid wirklich die besten ich weiß überhaupt nicht was ich sagen soll herzlich willkommen zum 300 abonnenten special von mir in denen ich euch jetzt einfach mal die restlichen enden von pokémon nocturne also dem ende der zombie reihe zeigen möchte ich habe sogar extra noch mal geguckt was ich für ein ende hatte ich hatte das ende von drake und ich möchte euch heute die anderen beiden endings noch mal zeigen mit krista und even also von den beiden und danach zeige ich euch noch das ende vom hardcore modus im hardcore modus ist auch der sali bekampf ein bisschen anders es hat viel viel mehr leben ist natürlich ein bisschen stärker man ist ein bisschen eingeschränkter aber im prinzip ist es fast derselbe kampf und selle wie kann halt attacken früher die es eigentlich erst in der zweiten oder dritten oder letzten phase kann aber den kampf habe ich ja schon gemacht und im prinzip ist es fast derselbe kampf deswegen werde ich jetzt nicht noch mal die kämpfe machen aber ich habe auch die möglichkeit auch so euch auch so die ganzen endings zu zeigen tschuldigung was ich auch auf jeden fall jetzt tun werde also als erstes zeige ich euch das traurige ende von even danach das von krista und dann meine lieben leute zeige ich euch das ende was ihr alle haben wolltet und auch sehen wolltet das wahre ende von pokémon nocturne das hardcore ending wie die pokémon zombie serie wirklich endet und ich glaube dieses ende wird dann viele leute stolz machen okay ich würde mal sagen wir fangen mit den ende von even an ich werde auch immer zwischendurch einen cut machen wo ich dann immer sag wir sehen uns dann gleich zum ende von krista wieder und so weiter und ja ich würde mal sagen wir fangen mit den 300 abonnenten special an extra für euch viel spaß das ende von even even hat den kampf gegen selle wie nicht überlebt selle wie hat mit letzter kraft ich existenz ausgelöscht fast so als hätte er nie existiert auch wenn dies nichts mehr an der vergangenheit gegenwart oder zukunft ändern wird einige monate später ja liebe leute ihr seht also even hat ein sehr sehr schlechtes ende in pokémon nocturne er wird einfach komplett ausradiert so jetzt sehen wir hier weiter jetzt ist es schon so viele monate her und ich muss immer noch an dich denken du warst mein bester freund aber weißt du was seltsam ist even es wird von tag zu tag immer schwerer sich an dich zu erinnern ich weiß nicht mal mehr wie du aussiehst ich bin aber nicht der die einzige ich weiß nicht warum das passiert es tut mir so schrecklich leid deiner deiner mutter geht es furchtbar ich besuche sie jeden tag und unterstütze sie wo ich nur kann ich kümmere mich auch gut um brando und sticky wir haben nach der ganzen sache nichts mehr von drake gehört ich glaube er wollte noch so viel zeit wie möglich mit seinen sterbenden vater verbringen dein opfer hat die menschheit gerettet es gibt ihr immer weniger infektionen und bill und andere wissenschaftler stellen bald einen impfstoff fertig du bist wirklich der retter der menschheit jeder sollte von dir erfahren dafür möchte auch ich mich bei dir bedanken even hättest du celle bin ich aufgehalten dann wäre alles verloren du warst ein mutiger trainer ich werde dich bei der weltgesundheitsversammlung noch mal persönlich ehren sei dir da sicher ich wünschte ich hätte was tun können wir sollten gehen schatz sonst erkältest du dich noch hier draußen ja ich komme dich bald wieder besuchen even versprochen machs gut ich weiß nicht warum ich das mache aber 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 even danke dass du damals gegen das celebi gekämpft hast auch als unsere allererste begegnung aus dem bruder lief und ich dich zu einem pokémon-kampf verausforderte und ich mich über dich jedes mal lustig machte fand ich doch dass du ein echt guter trainer warst auch wenn ich mich kaum noch an dein gesicht erinnere aber dank dir ach konnte ich noch ein wenig zeit mit meinem vater verbringen er er starb aber diese zeit war mir sehr kostbar ich danke dir ich denke das war alles ach seltsam mit einem Grab ohne Leiche zu sprechen aber als ich Krista aus der Ferne gesehen habe als sie das dann getan hatte da dachte ich das wäre eine gute Gelegenheit ach nun gut Ruhe in Frieden und ich habe schon wieder totale Gänsehaut ey jetzt kommt der beste Ending Song wirklich Leute ja Leute das war das Ende von Even das traurige Ending von Even und ähm wir machen gleich auch noch das Ende von Krista aber diesen Song werde ich jetzt durchlaufen lassen oh ich bekomme schon wieder Gänsehaut boah alter hier sehen wir nochmal die ganzen Supporters wie wir sehen uns und was so doch das cross es mir Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, hallihallo meine Lieben und hier sind wir auch schon wieder nach dem kleinen Cut und jetzt zeige ich euch auch ganz schnell das Ende von Christa, was passiert wäre, wenn wir sie gespielt hätten und Celebi besiegt hätten. Ich wünsche euch da jetzt auch sehr viel Spaß. Christas Ende ist, glaube ich, so gesehen das zweite beste Ende, zwar auch nicht positiv, aber schaut es euch einfach mal an. Äh, ist das hell. Hä? Wo bin ich, hä? Vivi? Wo ist Vivi nur hin? Und wo zum Henker bin ich gelandet? Das sieht nicht nach Yoto aus oder sonst was Bekannten. Ist das überhaupt noch die Erde? Was? Was war das? Ich bin doch eben in eine Richtung gelaufen und komme wieder da an, wo ich war? Wie? Wie komme ich hier nur wieder raus? Jetzt ist es schon über sechs Monate her, seitdem ich hier gelandet bin. Mein Pokokom funktioniert noch. Daher weiß ich, dass ich schon so lange hier bin. Die einzig logische Erklärung, wo ich gelandet bin? Ich bin in einer endlosen Zeitschleife gefangen. Ich werde nicht hungrig. Ich altere nicht. Ich kann nicht sterben. Alles wird sich bis auf die Ewigkeit wiederholen. Ich führe Selbstgespräche, damit ich nicht wahnsinnig werde. Und wo Vivi hin ist, weiß ich nicht. Ich hoffe wirklich, es geht ihr gut. Die Pokémon-Puppen, die mir Ethan gegeben hat, spenden mir etwas Trost. So habe ich wenigstens ein paar Gesprächspartner. Und es macht die Einsamkeit etwas erträglicher. Ich vermisse Bill. Er hatte in so einer Situation immer eine Lösung parat. Ich hoffe irgendwie, dass er noch nach mir sucht. Aber nachdem ich seine Gefühle für mich nicht erwidern konnte, ist es ihm mittlerweile auch egal. Und Efen? Ich hätte ihm sagen sollen, wie sehr ich für ihn empfinde. Warum habe ich es ihm nicht einfach gesagt, als ich konnte? Wir haben uns sonst immer so kompliziert gemacht. Er hat mich bestimmt schon vergessen. Wetten wir, er ist jetzt schon ein großer Pokémon-Meister? Ich hoffe, dass ich irgendeinen Weg finde, damit ich entkomme oder wenigstens sterbe. Du denkst oft noch an sie. Habe ich recht? Ja. Ich auch. Laura. Das war das erste Mal, dass ich mich ausnahmsweise nicht in meine Forschungsarbeit verliebt habe. Und dann verschwindet sie einfach komplett aus meinem Leben. Du kennst ja auch meine Gefühle für sie, ne? Ist mir bewusst. Sie war auch in dich verliebt, Efen. Um das zu erkennen, braucht es keine Worte. Hä? Was machen die Forschungsarbeiten? Laufen soweit gut. Wir waren imstande, das Protein herzustellen. Das ist ein guter Anfang. Ach, lassen wir das. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Ein Impfstoff wird in den nächsten Tagen herausgebracht. Wow. Vielleicht sollten wir nicht aufgeben, dass sie da draußen irgendwo ist. Weiß nicht. Sie ist noch irgendwo da draußen. Wir stehen hier vor einem leeren Grab. Denkt dran. Leider kann ich mich gerade nicht auf so etwas konzentrieren. Weißt du was? Ich werde sie nicht aufgeben. Dann machen wir das alleine. Los, Brando. Gehen wir. Lava. Wir werden dich finden. Egal wie hoch der Preis sein wird. Da sollte jetzt eigentlich ein anderer Endingsong spielen, aber okay. Na Leute, das war das Ending von Krista in Pokémon Nocturne. Ich würde mal sagen, wir machen hier jetzt auch schon wieder einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder zum echten, richtigen Ende von Pokémon Nocturne. Den wahren Ende aus dem Hardcore-Modus. Also ich würde mal sagen, wir machen hier schon wieder so einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao, ciao. Ja, hallihallo meine lieben Leute. Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben und den auch alle sehen wollten. Mich haben viele Leute immer gefragt, ja, kannst du auch nochmal die anderen Endings zeigen von Eve und Krista? Das haben wir jetzt gemacht. Aber viele Leute haben auch gesagt, ist das wirklich das wahre Ende? Gibt es da kein Happy End? Ich meine, können nicht alle zusammen überleben und das? Und jetzt zeige ich euch das wahre Ende von Pokémon Nocturne, was man nur bekommt, wenn man erst im Hardcore-Modus durchspielt. Und ja Leute, ich bin richtig froh, euch das jetzt zeigen zu können. Alles als 300 Abonnenten-Special extra nur für euch, weil ihr habt es echt verdient. Und ich würde auch sagen, wir fangen jetzt an, weil das wahre Ende ist ein bisschen lang. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch jetzt darüber, über das wahre Ende. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go! Ah, der Scheiß ist immer so hell. Scheiße, was war das denn? Wir sind wieder in Neuborgia? Hä? Seltsam, hä? In der Tat. Bin ich der Einzige, den das nicht im Geringsten stört? Hauptsache wir sind wieder alle zusammen, oder? Ich war mir sicher, dass Ethan den GS-Ball aufgehoben hat, nicht ich? Also warum wurden wir alle da mit reingezogen, hä? Vielleicht wurden wir alle mit reingezogen, weil Celebi sicher gehen wollte, uns alle zu töten? Meinst du, glaubst du, es hatte in dem Zustand noch so ein Bewusstsein? Ehrlich gesagt, halte ich das nicht für völlig ausgeschlossen. Schließlich konnten sich infizierte Pokémon auch an einige ihrer Attacken erinnern. Hä? Aber warum sind wir dann ausgerechnet hier? Hier wieder in Neuborgia? Bevor wir es getötet hatten, hat es noch irgendwas gemacht? Es hätte uns sonst wohin schicken können, aber wir sind ausgerechnet hier. Hey, ich hab's! Checkt mal die Uhren von euren Pokécoms. 29. März 2000 29. März 2000 Auch 29. März 2000 Dritter, ja, 29. März 2000 Hä? Amerikanisches Format, sorry. Oh, wie dumm. Das heißt, wir sind am gleichen Tag zurückgekehrt, als wir abgereist sind. Die Geschichte, in der Celebi besiegt wurde, ist in Stein gemeißelt. Das heißt, wir haben gewonnen? Ja! Das erklärt aber immer noch nicht, warum wir alle ausgerechnet wieder hier sind. Hm. Ich habe gesehen, wie der Kopf von Celebi zerteilt wurde. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, hat es dadurch ganz kurz wieder sein Bewusstsein erlangt. Und wollte uns damit helfen. Aber auch nur vielleicht. Das könnte sogar stimmen. Wenn der Treffer richtig gelandet ist und der Cortex-Cerebi... Bill, nein. Nein. Einfach nur glücklich und zufrieden sein, dass wir alle wieder zusammen sind. Ja. Okay. Ja, warum nicht? Lava, Imperator. Noa Blatt! Drake? Ich glaube, wir können unser Gespräch, das lange nötig war, gerne jetzt führen. Klar, Paps. Ethan! Schauen wir nach, wie es unseren Eltern geht. Ja, sicher. Hey, ey, was ist mit mir? Du kommst natürlich mit. Ich muss meiner Mama ja meinen Freund vorstellen. Oh, ja, wow, äh... Hoffentlich werde ich nicht allzu nervös sein. Lass es einfach auf dich zukommen. Dann gehen wir los. Einige Monate später. Boah, dass wir das Celebi besiegt hatten, ist schon fast sechs Monate her. Die letzte Infektion war auch schon über drei Monate her. Langsam erholen sich die Städte und neues Leben wird entstehen. Los, Sichlor, wir müssen die Stadt für neue Bewohner attraktiv machen. Sichlor! Die Leute werden sich denken, oh, Azalea City, die Stadt, in der Kai wohnt. Wenn wir schon da sind, sollten wir ihn zum Kampf herausfordern. Ich habe gehört, er setzt Käfer-Pokémon ein. Der Fleckmon-Brunnen, auch ein schöner Ort, aber die Arena von Kai ist weitaus interessanter. Ach, herrje, jetzt atmen diese Selbstgespräche aber völlig aus. Bianca! Wir waren lange weg. Aber es wird langsam Zeit, wieder die Arena zu eröffnen. Träne auf der ganzen Welt mit deiner Walz-Attacke abzuschrecken. Meiltang! Meiltang! Hey! Hä? Hm? Und da ist Dave, Leute! Uff! Oh! Ich kann es nicht fassen, dass ich den ganzen Weg nach Tukazia gelaufen bin. Gib mir einen Moment. Oh! Äh, Dave? Dich habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Ja, äh, ich hatte... Ich musste... Ich musste einfach verschwinden. Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Ach, schon gut. Freut mich sogar, dich zu sehen. Danke. Danke, ich. Ich würde gerne helfen, die Stadt und deine Arena wieder aufzubauen. Klar, warum nicht? Wir können immer fleißige Hände gebrauchen. Schon bald ging die Menschen wieder ihren normalen Tätigkeiten nach. Nicht, dass mich das interessieren würde. Ich finde es sogar unglaublich langweilig. Okay, und du hast uns hergerufen, weil? Leute, ich habe die Idee. Die Idee, wie wir viel Geld verdienen können. Wir drei. Wir. Wir gründen eine Band. Ach komm, nicht schon wieder dieses Thema. Ich kann auch nicht mal ein Instrument spielen. Ich habe so viel Arbeit, dass ich keine Zeit für sowas habe. Ach, kommt schon, Leute. Lass mich nicht hängen. Dave hat mir auch schon abgesagt. Hä? Also sind wir quasi die zweite Wahl? Voll mies von dir, Simon. Ey, Jo, ihr versteht das falsch, ja? Die drei gründen eine Band, alles klar. Oh, Rai-Chu. Oh yeah, Baby. Bald gibt es neue Herausforderungen. Wir werden den Kids literally die Beine brechen. Also nicht wirklich, aber you know what I mean, right? Rai-Chu. Oh, Rai-Chu. Bill hatte angefangen, Bill hatte angefangen, mit anderen Wissenschaftlern zu forschen, mit den Unterlagen, die wir im ehemaligen Versteck von T-Rocket gefunden hatten. Konnten sie schon bald einen Impfstoff herstellen, der die Mutation ausrottete? Ich glaube, ja. Ja, die Gleichung, sie ergibt Sinn. Professor Eich, das wird sicherlich funktionieren. Wunderbar. Dann geben wir das zur Validierung frei und schon kann die Produktion beginnen. Jo, Leute, wir haben Professor Eich gesehen. Ich möchte ehrlich zu euch sein. Ich schäme mich furchtbar dafür, dass wir Efen so im Stich gelassen haben. Wenn diese ganze Sache da draußen vorbei ist, wäre eine Entschuldigung bei ihm angebracht. Ich bin ganz deiner Meinung, mein lieber Albert. Entschuldigen? Für sowas? Dafür, dass er so lahm agiert hat? Puh. Du bist leider unverbesserlich, oder? Nur weil wir schnell gehandelt haben, leben wir noch. Das war absolut nötig. War es auch nötig, Dave niederzuschlagen? Absolut. Und du würdest dich nie bei Dave und Efen entschuldigen wollen, ne? Warum sollte ich? Ich bin denen nichts schuldig. Dann muss ich dir leider mitteilen, dass ich mit dir nichts mehr zu tun haben möchte. Da bin ich mit Albert ganz seiner Meinung. Wisst ihr was? Macht doch, was ihr wollt. Entschuldigt euch doch bei den zwei Kids. Ich bin raus. Ihr könnt mich mal. Jens! Was hältst du von der Idee, wenn wir uns wieder daten würden, hä? Hm. Haben wir das nicht schon hinter uns? Ja, aber es ging doch völlig schief, weil wir so wenig Zeit füreinander hatten. Diesmal werden wir uns beide mehr bemühen, ja? Äh. Hm. Von mir aus. Versuchen wir es nochmal. Viele Pokémon haben ihre Eltern und ihre Rudel durch diese schreckliche Sache verloren. Ich werde selbstverständlich jedem dieser Pokémon eine Obhut bieten. Pokémon sind unsere wertvollsten Freunde. Endlich ist der Stress mit dieser Apokalypse vorbei. Nicht wahr, Majesty? Mag mei. Und ich muss auch kein schlechtes Gewissen haben. Schließlich haben Bill und Krista die Unterlagen von den Forschungen des Artefakts von mir bekommen. Schön, dass man Dateien mittlerweile über Funk von der ganzen Welt aus verschicken kann. Jetzt heißt es nur noch am Strand liegen und die Seele baumeln lassen. Das hier ist meine eigene Arena. Toll, nicht? Wir werden jeden Herausforderer platt machen. Stimmt's, Milo? Ah, Akani! Ja, Milo ist mittlerweile ein... Und irgendwann, Red, irgendwann hole ich mir meinen Titel zurück. Du wirst schon sehen. Milo ist mittlerweile ein Akani geworden. Ich habe es tatsächlich irgendwann geschafft, das Indigo-Plateau zu meistern. Mein Traum ging endlich in Erfüllung. Wir, wir haben es tatsächlich geschafft. Das ist... Das ist Wahnsinn. Aber unsere Reise hört noch lange nicht auf, oder? Lava! Pabst und ich konnten noch einige schöne Monate miteinander verbringen, ehe er gestorben ist. Ich weiß, dass ich nie ein wirklich guter Vater war. Aber die nächste Zeit will ich nur dir, Wittman Drake. Das ist schön. Dann fangen wir doch direkt an. Hm? Womit? Na, wir gehen angeln. Angeln? Na klar, wenn du das möchtest. Ich bin mit Bill zusammengezogen. Wir untersuchen zusammen alle Arten von Pokémon, wenn wir die Chance haben. Ich kann meinen Traum als Pokémon-Trainerin mit der Wissenschaft von Bill gut kombinieren. Das Essen war wieder fantastisch, Schatz. Dankeschön. Hey, hast du gehört, dass heute auf der Route 5 viele Hubbelopfer im Himmel zu sehen sind? Oh, wirklich? Wollen wir uns das anschauen? Ist auch bestimmt nützlich für deine Forschung. Klar, gerne. Hm. 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 Endlich. Ja, das ist der legendäre Endkampfjazz aus Pokémon Gold und Silber zwischen Ethan und Rot. Oder beziehungsweise Gold und Rot. Normalerweise sollte hier auch wieder ein anderer Endingsong spielen, aber irgendwie ist es schon wieder gleich. Okay, ich verstehe es nicht, ich weiß echt nicht warum. Wahrscheinlich muss man das irgendwie nochmal triggern oder so, weil ich per RPG Maker habe ich euch die Endings so gezeigt. Ja Leute, das war das wahre Ende der Pokémon Zombie Reihe. Ich würde aber nochmal eben sagen, wir machen jetzt hier nochmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder mit einer persönlichen Danksagung und nochmal einem persönlichen Bild, was ich für euch gemacht habe. Bis gleich. Ja Leute, und hier bin ich jetzt nochmal. Das hier ist mein Bild, was ich für euch gemacht habe. Meine Danksagung nochmal zum Schluss. Weil ich habe mir wirklich gedacht jetzt, ich melde mich nochmal persönlich bei euch zum Schluss mit einer Danksagung. Danksagung. Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. 300 Abonnenten, das ist schon echt eine Hausnummer. Und ich habe schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass ich das überhaupt erreiche. Aber ihr habt, ja, ihr habt das möglich gemacht und ich bin echt, ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist für mich als kleiner YouTuber wirklich extrem viel wert und ich weiß wirklich einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hoffe wirklich, also ich muss mich natürlich ganz, ganz toll nochmal bedanken. An meinen Chef, also Mr. Prince oder Mario, je nachdem. An die ganze Community und vor allem noch jetzt auch an meinen besten Freund Blatt, an alle meine Abonnenten, Zuschauer, die mich unterstützt haben. Einfach an jeden möchte ich mich einfach nochmal bedanken, weil ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin. Über 300 Abonnenten, das ist wirklich schon... Ich hoffe auch wirklich, dass euch dieses 300-Abo-Special gefallen hat. Dass ihr jetzt die beiden Enden noch von Ethan und Krista gesehen habt und das wahre Ende von Pokémon Nocturne. Was mich persönlich immer wieder sehr emotional macht, das wahre Ende. Auch wegen der Hintergrundmusik und weil das einfach schön ist. Und ja, also das haben alle in Wahrheit überlebt. Und ja, ist einfach super. Ja, ich weiß wirklich nicht, gar nicht mehr so, was ich sagen soll. Und ich hoffe wirklich... Ach ja, ich danke auch noch recht herzlich Nami, Nami-Chan. Die hat es nämlich möglich gemacht, dass ich jetzt auch diese 300 Abos gestern geknackt habe. Und Nami, ich möchte nochmal dir auch nochmal ganz, ganz herzlich danken. Wirklich, das ist wirklich echt super, was du gemacht hattest. Ich bin da wirklich echt... Wirklich super, ich bin echt sprachlos, wie gesagt. Ich hoffe wirklich, dass es so weitergeht und dass wir noch mehr erreichen. Auch wenn ich mit den Let's Plays aufgehört habe. Wie gesagt, das von Pokémon Klaus, das ist nur ein Ausnahme-Let's Play, weil es eben auch zur Zombie-Reihe gehört. Und das möchte ich halt vollständig haben. Aber ich will wirklich versuchen, vielleicht, wenn genug Leute sagen und schreiben, ey, mach doch weiter mit den Let's Plays. Es wäre schön, dann kann ich mir das ja vielleicht nochmal irgendwann überlegen, doch noch weiter zu machen. Aber eigentlich habe ich mein Gaming komplett auf Twitch verlagert. Deswegen, wenn ihr mir da folgen wollt, den zu meinen Twitch, das werde ich euch nochmal in meiner Infobox verlinken. Und ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also 300 Abonnenten. Ich hoffe wirklich, dass ich irgendwann mal noch die restlichen 700 Abonnenten schaffe. Auch wenn das eventuell heutzutage, ich denke mal, nicht mehr so möglich wird. Aber ich gebe mich auf. Und das hier hat mich jetzt auch wieder sehr motiviert, weiterzumachen. Ich weiß einfach gar nicht, was ich sagen soll, weil ich verbinde mit der Zombie-Serie und das alles, was gewesen ist, auch mit Nocturne und das sehr viel. Und wie gesagt, ich kann einfach nur nochmal an alle sagen, die ich vorhin auch erwähnt habe, danke schön für alles. Und ich hoffe einfach wirklich, dass es weitergeht. Und ja, ich weiß einfach nicht. Das ist einfach noch für mich surreal. Und ja, okay, Leute. Heute kommt aber auch noch eine neue Folge von Pokémon Dusk Chronicles Klaus. Ich hoffe wirklich, dass euch dieses 300 Abospecial gefallen hat. Und wir machen auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich noch recht herzlich bei euch. Und dann, wir sehen uns dann noch weiter. Heute bin ich auch noch auf Twitch online, so ab 18 Uhr. Dann spiele ich ein bisschen Wer wird Millionär. Also wer damit dabei sein will und mich scheitern sehen will, kann das gerne tun. Ich freue mich da schon wirklich riesig drauf. Und ja, da würde ich mal sagen, mach's gut zum nächsten Abospecial, sofern mir bis dahin dann was einfällt, wie ich das gestalten könnte. Und das hier war ja sogar mein erstes Abonnentenspecial. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei alle, vor allem bei Nami, bei Bled, meinen besten Freund, bei Mr. Prince für alles, für die Spiele, beim Sella. Oder einfach der gesamten Community und das. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns wieder bei Das Connickens Klaus und heute dann später noch bei Twitch. Und wir sehen uns dann. Bleibt gesund, euer Carlos. Ciao, ciao, meine Lieben. Bis dann.